5. Länder und Sprachen John ist aus London. London liegt in Großbritannien. Er spricht Englisch. Maria ist aus Madrid. Madrid liegt in Spanien. Sie spricht Spanisch. Peter und Martha sind aus Berlin. Berlin liegt in Deutschland. Sprecht ihr Deutsch? London ist eine Hauptstadt. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte. Madrid und Berlin sind auch Hauptstädte. Die Hauptstädte sind groß und laut. Die Hauptstädte sind groß und laut. Frankreich liegt in Europa. Frankreich liegt in Europa. Ägypten liegt in Afrika. Ägypten liegt in Afrika. Japan liegt in Asien. Japan liegt in Asien. Kanada liegt in Nordamerika. Kanada liegt in Nordamerika. Panama liegt in Mittelamerika. Panama liegt in Mittelamerika. Brasilien liegt in Südamerika. Brasilien liegt in Südamerika. Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.